In dieser Fabrik in Tianjin entstehen Katzenbäume. 30 Prozent ihrer Produkte verkauft die Firma bereits über das Internet. Wie viele chinesische Unternehmen nutzt auch iMigo die Plattform Alibaba. Dort verkaufen Produzenten an Großkunden zu Einkaufspreisen. Katzenbäume sind vor allem ein Exportprodukt. Das Internet ist eine große Chance, den Markt kostengünstig zu erweitern. Früher lief das Geschäft vor allem über Messen. Da haben die Kunden unser Produkt kennengelernt. Das passiert jetzt im Internet, das ist ja quasi eine Dauerausstellung. Kunden in der ganzen Welt können uns auf Alibaba finden und müssen nicht reisen. Am Anfang haben nur Unternehmen in China Alibaba genutzt. Mittlerweile ist die chinesische Internetfirma in der ganzen Welt bekannt. Das Prinzip ist einfach. Ein Foto vom Produkt aus verschiedenen Winkeln, das Mitarbeiter auf die Profilseite des Unternehmens stellen. Dort können sich interessierte Kunden die Produkte anschauen und bestellen. Über Alibaba wird alles vertrieben. Rohstoffe, Billigartikel, Luxusgüter. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Nach dem Börsengang liegt darin für Alibaba aber auch eine Gefahr.